Und das ist eine tolle Entwicklung, also schauspielerisch als auch sozial. Wir sehen die Schüler jetzt, seitdem die Proben hier sind, seit Montag, also einer ganz tollen sozialen Entwicklung. Sie kümmern sich nämlich sehr um die, ich meine, mindestens 100 Grundschüler sind auf der Bühne und hinter der Bühne. Und sie sind ja vom ersten Tag an mit dabei, immer auch um die Kleinen bemüht. Vom ersten Tag an, da ging es mit dem Finale los. Einige von unseren Schülern saßen noch im Zuschauerraum und wollten nicht auf die Bühne. Ja, naja, dann sind sie doch und dann fühlten sie sich so ein bisschen als eher diejenigen, die auch für die Kleinen zuständig sind, verantwortlich sind und sie mitnehmen und so weiter und mitsingen. Das Soziale steht da auch ganz im Vordergrund. Also in der letzten Woche habe ich zum Beispiel gesehen, wie jetzt Mittelschüler mit unseren Schülern dann zusammen auf der Bühne stehen, auch mit ihnen reden oder sich begleiten. Und ja, oder ob das der Bashar ist aus der Mittelschule, der Fußballstar und wie solche Verbindungen entstehen.